Neuer Tag, neues Glück. Heute ist mal wieder ein ganz normaler Tag im Büro. Ja, wir gucken, was halt so passiert. Und irgendwie bin ich morgens normalerweise immer schlecht gelaunt, weil es ist morgens. Aber irgendwie heute ist irgendwas anders. Keine Ahnung. Ich freue mich. Damit ihr auch mal seht, wo unsere Firma überhaupt ist. Das ist hier die Straße, in der das Gebäude ist. Schön grün bewachsen, trotzdem aber zentral in der Stadt. Das mache ich auch heute. Pakete verschicken. Ich habe aber nur eines. Ja, das Paket verschicken. Ich bastel mir. Ich bin zurück. Moin, moin. Hummel, hummel, das macht maus. Jetzt gibst du erst beim Bier. Was hast du da auf? Den Waschbären. Das ist eine tolle Frisur. Ich sehe mich gerade selbst nicht. Ach Gott. Sag, was du auch hast für die Technik? Das ist ein Mikrofell von Sennheiser. Ach, ich bin für Waschbären. Ne, Windfell. Windfell. Ach, warte. Ich muss ihn richtig tatsächeln lassen. Ich freue mich zu, dass du das sei. Ach, tschüss. Ach, hell, ich kenne keine. So, hallo. Ich bin wieder zurück. Und jetzt machen wir ein bisschen was für das Maya-Projekt. Setzen wir uns zusammen. und gucken mal, wie wir weiterverfahren. wie wir weiterverfahren. Nein. Danke. Vielen Dank.